Im Laufe der Geschichte sind mehrere Reiche entstanden und wieder verschwunden. Einige hatten zu ihrer Zeit großen Einfluss, hinterließen aber keine nennenswerten Spuren bei späteren Generationen. Andere wiederum überdauerten die Jahrhunderte und hatten auch nach ihrem Zusammenbruch noch großen Einfluss auf die Welt. Heute werden wir gemeinsam die wichtigsten und glorreichsten Reiche der Geschichte betrachten. Sei es aufgrund ihrer militärischen Stärke, ihrer territorialen Ausdehnung oder ihres Vermächtnisses. Das von einem makedonischen Jungen gegründete makedonische Reich sollte trotz seiner kurzen Lebensdauer zu einem der einflussreichsten Reiche der Geschichte werden. Alexander der Große errichtete sein Reich durch militärische Eroberungen, die er größtenteils dem Persischen Reich abnahm. Doch Alexanders Eroberungsdrang dehnte sein Reich bis an die Grenzen der bekannten europäischen Welt aus. Sein furchterregendes Heer der makedonischen Phalanx war praktisch unbesiegbar. Die Genialität und Kühnheit ihres Anführers zwang die größten Generäle seiner Zeit in die Knie. Mit dem Zustrom der makedonischen Soldaten kam auch ihre reiche hellenische Kultur, die sich über weite Teile des Nahen Ostens verbreitete. Alexanders Reich zerfiel jedoch nach seinem Tod und wurde unter seinen engsten Generälen aufgeteilt. Diese neuen hellenistischen Königs- und Kaiserreiche trugen dazu bei, die griechische Kultur in diesen Regionen zu verbreiten. Und ihre Fußstapfen sind bis heute zu sehen. Erbe der byzantinischen Tradition übte fast drei Jahrhunderte lang großen Einfluss in Eurasien aus. Sein riesiges Territorium erstreckte sich von Osteuropa bis nach Alaska in Nordamerika und machte es zu einem der größten Imperien, die je existierten. Trotz seiner kolossalen Größe waren die meisten dieser Territorien unfruchtbar und kaum besiedelt. Obwohl die russische Armee nicht die professionellste war, verfügte sie über eine große Anzahl verfügbarer Kämpfer, die eine große Macht in ihrem Einflussbereich ausübten. Trotz der Tatsache, dass die russische Wirtschaft in einer Periode großer Innovation existierte, basierte sie weiterhin weitgehend auf Landwirtschaft und Erzgewinnung. Die Fruchtbarkeit des Ackerbodens und der Reichtum an natürlichen Ressourcen ermöglichten es dem Reich, großen Reichtum anzuhäufen. Ein Teil davon wurde in die Entwicklung der russischen Kunst und Kultur investiert. St. Petersburg wurde zu einer der großen Kulturhauptstädte der Welt. Musik, Literatur, Tanz und andere Künste erlebten eine Blütezeit wie selten zuvor in der Geschichte. Sie hinterließ ein großes kulturelles Erbe. Das russische Reich war immer eine absolutistische Monarchie. Selbst im 19. Jahrhundert lag die gesamte Macht in den Händen des Zaren. Erst 1905 wurde das Reich auf politischen Druck hin zu einer konstitutionellen Monarchie. Musik, Literatur, Tanz und andere Künste Das persische oder archimenidische Reich war eine der ersten Großmächte der Welt. Es gab zwar auch andere Reiche vor ihm, aber keines hat es geschafft, seine Macht über drei verschiedene Kontinente zu verteilen. Das von Kyros dem Großen gegründete Reich erreichte nie dagewesene Ausmaße. Die Herrschaft über ein so großes Gebiet war keine leichte Aufgabe. Aber die Perser erwiesen sich der Herausforderung gewachsen und entwickelten Techniken und Methoden der öffentlichen Verwaltung, die bis in die heutige Zeit reichen sollten. Ihr Heer war riesig. Durch Einschüchterung eroberten sie viele Königreiche und benachbarte Städte, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen. Diese Königreiche konnten einen Großteil ihrer Autonomie und ihrer Bräuche beibehalten, solange sie der persischen Krone die ihnen zustehenden Abgaben entrichteten. Doch der Ruhm dieses Reiches endete, als sie die Griechen zu ihren Feinden machten. Musik, Literatur, Zarek Sie sind verzogen vom Aufstieg und Fall großer Dynastien. Doch das Qingreich ist sicherlich die bedeutendste. In einem komplexen politischen Umfeld gelang es den aus der Manchurei stammenden Kaisern der Qing-Dynastie, ihre Macht fast 250 Jahre lang souverän über eine der bevölkerungsreichsten und reichsten Regionen der damaligen Welt auszuüben. Das chinesische Kaiserreich führte keine großen Expansionskampagnen außerhalb seines Einflussbereiches durch, da es ständig darum kämpfte, die Einheit des Reiches gegen innere Feinde zu wahren. Diese ständigen Kämpfe untergruben das Reich und machten es zu einem leichten Ziel für mögliche europäische Angriffe. Das Qingreich erlebte bis zum Sturz seines letzten Monarchen zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine große Zeit des Verfalls. Seine Bemühungen, die chinesische Identität zu stärken, trugen jedoch maßgeblich dazu bei, China zu der Macht zu machen, die es heute ist. Als das Römische Reich in ein West- und ein Ostreich geteilt wurde, entstand das Byzantinische Reich. Während sein westlicher Bruder im Verfall begriffen war, blühten die Byzantine auf, was zum großen Teil der strategischen Lage ihrer Hauptstadt zu verdanken war. Konstantinopel verwaltete den gesamten Handel über die Meerenge am Bosporus und den Überlandhandel von Asien nach Europa. Dieses Reich war auch mitverantwortlich für die Verbreitung der orthodoxen Kirche in Osteuropa und führte mehrere heilige Kriege gegen muslimische Feinde. Seine Flotte war großartig, das griechische Feuer war gefürchtet und es versetzte seine Feinde in Angst und Schrecken. Dieses Reich hatte mehr als tausend Jahre Bestand, unterlag aber der unerbittlichen Expansion des wachsenden Osmanischen Reiches. Das Französische Königreich war schon immer eine europäische Macht gewesen. Mit dem Beginn des Zeitalters der Entdeckungen erwarb das Königreich Frankreich mehrere neue Kolonialgebiete. Doch erst nach der Französischen Revolution wurde Frankreich mit dem Aufstieg von Napoleon Bonaparte zur größten Macht der Welt. Der französische Staatschef stellte sich praktisch allen anderen Mächten seiner Zeit und besiegte sie auf dem Schlachtfeld. Nur England war aufgrund seiner Insellage und seiner außergewöhnlichen Kriegsflotte nicht in seiner Reichweite. Napoleon verbreitete viele Elemente der Französischen Revolution in ganz Europa, darunter neue Rechts- und Verwaltungsverfahren, die einige seiner Nachbarstaaten aufwerten sollten. Doch Napoleons Französisches Kaiserreich war nicht in der Lage, all die anderen europäischen Mächte einzudämmen, die sich immer wieder zur Koalition zusammenschlossen, um Napoleon zu besiegen. Bis sie schließlich bei Waterloo triumphierten. Nur wenige Reiche hatten einen so großen Einfluss auf die Geschichte wie das Mongolenreich. Kein einziges Volk schien außerhalb der Reichweite seiner berittenen Bogenschützen zu liegen. Genghis Khan und seine Nachfolger errichteten eines der größten und gefürchtetsten Reiche der Geschichte. Durch blutige Eroberungen unterwarfen sie einen Großteil Ostasiens, einen Teil des Nahen Ostens und den östlichsten Teil Europas. Selbst der russische Winter konnte die mongolischen Krieger nicht aufhalten, da sie ihre Feinde nur als kleine Hindernisse auf dem Weg zu ihren eigentlichen Zielen betrachteten. Ihr größter Misserfolg war der Versuch, in den japanischen Archipel einzudringen. Sie kontrollierten die Seidenstraße und beschleunigten die Entwicklung des Welthandels. Mit dem Tod von Kublai Khan zerbrach das Reich jedoch und erlangte nie wieder die gleiche Macht. Auf dem Gebiet der heutigen Türkei entwickelte sich ein muslimischer Stamm zur größten Militärmacht seiner Zeit. Die Osmanen errichteten ein Reich, das so groß und mächtig war, dass es die europäischen Nationen herausforderte. Sie beherrschten die Handelsrouten vom Mittelmeer nach Asien, eroberten Konstantinopel und setzten dem Mittelalter ein Ende. Die Blockade des europäischen Zugangs zu Asien beschleunigte jedoch die Suche nach alternativen Routen und leitete das Zeitalter der Entdeckungen ein. Die Osmanen waren jahrhundertelang eine der größten Mächte der Welt. Doch nach der industriellen Revolution beschleunigte sich der Niedergang des Reiches, der nach dem Ersten Weltkrieg seinen Höhepunkt erreichte. Viele Imperien erreichten riesige Landstriche, aber die Briten waren die größte Macht, die jemals ihren Einfluss global ausbreiten konnte. Sie wurden als das Reich bekannt, in dem die Sonne nie untergeht, denn England besaß Territorien auf allen Kontinenten. Die Briten konkurrierten mit den Franzosen, Spaniern, Niederländern und Portugiesen um Territorien. Doch ihre bemerkenswerte Handels- und Kriegsflotte machte sie zu den Herren der Meere. An Land waren ihre Berufssoldaten, die sogenannten Redcoats, wiegen ihrer Tapferkeit und Disziplin unter Beschuss ebenfalls hoch angesehen. Mit mehr als 35 Millionen Quadratkilometern war das britische Weltreich das größte der Welt, was die territoriale Ausdehnung angeht. Obwohl es das größte war, bestand der größte Teil davon aus unwirtlichen Gebieten, wie Nordkanada und den Wüsten Afrikas und Australiens. Seine Dominanz als Weltmacht verdrängte das Französische als Amtssprache, das vom Englischen abgelöst wurde, welches sich bis heute durchgesetzt hat. Alle genannten Reiche hatten einen großen Einfluss auf ihre jeweilige Zeit, aber keines kann es mit der Größe und dem Erbe des Römischen Reiches aufnehmen. Aus einer unbedeutenden lateinischen Stadt auf der italienischen Halbinsel entwickelte sich das bedeutendste Reich, das die Menschheit je gesehen hat. Dieses Reich wurde in der Hitze der Schlachten durch das Blut seiner Legionen geformt, die durch Europa, Nordafrika und den Nahen Osten zogen. Obwohl Rom nicht das größte Reich in Bezug auf die territoriale Ausdehnung hatte, herrschte es über die mächtigsten und reichsten Städte rund um das Mittelmeer. Sie verbreiteten die griechisch-römische Kultur in alle Ecken ihres Reiches, gründeten neue Städte und versteterten die traditionellen Siedlungen der Völker, die sie eroberten. Ihr Vermächtnis an die westliche Welt ist nahezu unvorstellbar, denn der Westen, wie wir ihn kennen, wäre ohne die Römer nicht derselbe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017